mit die aus rtl 2 die fette die das rummeiert oder eben diese ganzen ich sage jetzt mal Hartz 4 Sendungen und sowas finde ich eben wirklich einfach nur schrecklich dass die Menschheit sowas toll findet und von sowas dann gebildet wird. Ich krieg es gerade überhaupt nicht hin dass das fernlicht mal außerhalb von von meinem normalen licht ist also ich habe jetzt warum denn das ist doch bloß ich darf hier nicht mal parken hast du bist gar nicht hier vorgesehen ich hab so mal ein kW Symbol drauf ich krieg ja ist irgendwas ich lese den chat nebenbei auf jeden fall mit na es ist aber halt die sind gerade kenne richtig die oder halten sich gerade jetzt geht's auch keine ahnung verstehe ich so können losfahren da war auch immer so hat er abo bei blöö kein zweiter gehen kein zweiter gehen Oskar 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 ist nicht mehr da Oskar Oskar ist weg da Oskar ist jetzt gerade kackenfrei Oskar ist jetzt gerade kackenfrei Praktikant wahrscheinlich da ihr ihre Videos da hochgeladen hat aus dem Fernsehen Praktikant Oskar 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 lieber grad ab ja warte dann dann fahr ich dir mal hinterher und sicher dich ein bisschen aus dem es kosten jetzt kann ich endlich die leuchte einfach ja ich stehe in zirbeln leuchtet auf der autobahn 11 millionen abos was hast du ja auf music ja was stehen ja eben zusammen und hier soll ich mal test von jahr und nicht mehr schlafen aber das ist das so schön und immer er da ist ich er kann zwar die Eingangshalle einsehn ich glaube ich auch nicht hundertprozentig es wäre also ich kenne jetzt so wie er macht irgendwas was so erledigt er macht es mir genau ein macht es nicht Welt also wie 8 und mit einem M und Mates soll das erheißen also immer nur das heißt er kommt hier oder so in der Art gut erklärt danke Menschen wir haben zweiten Karsten jetzt wir haben keinen zweiten Dominik es ist viel besser also ein Karsten 2 von 0 ist gut was denn hier lässt sich doch schön abhaken ich hätte jetzt was nach Dänemark da fahre ich über dein über deinen Ort da durch ja dann ist ja kein Problem also Odensee 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 ja wir werden schon was finden nach Dänemark gibt es immer was so warum wird denn jetzt schon wieder mein Name hier also mein Felix 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 ja Mann Felix was ist denn ich kann nicht sorry wer kann ich doch auch mal was 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 rafft doch aufmix oder keine Ahnung was ich weiß es nicht ich sehe ihn noch nicht in der Eingangshalle ich auch noch nicht deswegen ach so gut wir stehen hier doch gut oder du das war schon die bösen Anfänger das waren schon die bösen Anfänger der Oskar geht gerade noch was mich wundert ist der Dominik geht vielleicht doch von morgen aus oder so weiter ist wir haben wir also kommt im Chatstand eindeutig dass es heute ist also ja da kann es mir jetzt nicht sagen dass das hast du vor dem Linken Wornblink-Alarren auskommt ich an die Wornblink-Abschnitte wenn ich mir das noch flinken wie sonst was aber wenn ich dann kommen das sieht aus wie das war ein Bremse ich muss nicht erst mal abdaten das habe ich auch gemacht Ah sehr schön Team Spiel ja er hat sich jeden Tag um ihn abdaten die letzten ich habe ich habe das seit Jahren nicht mehr geupdatet und das funktioniert trotzdem ich glaube schon nie abgedatet kommst du was hast du jetzt abgedatet kann man gar nicht sagen ich habe jetzt Prozent chemische Sorruptionsmittel und zwar 11 Ton und das 1 was Dänemark so braucht vielleicht auch nicht so ein paar kleine Bomben oder so da wie es noch ist so zu uns genau absox und aber nur so zu tun es können so zu uns bitte sein ich habe jetzt immerhin das jetzt erst mal wieder gerafft um was es jetzt geht dass ich ja nichts raffen würde gut also mate ging es der sieht geil aus der aktos alle werden die geile lackierung die schwarzen dieses grün hast gesehen ja wie weit sei denn hier weg hier würde ich würden ja vorne also ey du fährst doch drüben auf der Autobahn ja okay es gab auch noch eine andere Autobahn abfahrt in der Stadt wir stehen an der also er ist was was mein kleines Auto hier so ein Lichtmöglichkeiten die hat gibt das wirklich was denn noch naja eben mit der Wandflinkanlage und obendrauf sieht total cool aus ich käme jetzt ich käme jetzt ich käme jetzt dann wir setzen wir uns ach so das war falsch so jetzt so jetzt mal hier bergan fahr nein das war die Handbremse nein das war die Handbremse Scheinewerfer zu hoch ich sehe so im Rückspiegel dass du die jetzt an hast aber ich sehe keinen großen Unterschied hast du extra noch mal Rückspiegel an ich habe nur links und rechts es geht doch gerne ja ich sehe es am Rückspiegel ja da rechte oder linke oder da wo der Oskar gerade drin ist es war keine rechte ist er vielleicht nach innen zentral hinten noch dann absolut richtig da erzähle ich das ich kann schon lange nicht mehr auf euren TS also ich komme schon der ist jetzt und auch jetzt immer gerade also gut hier vorne ist das wir ziehen nicht mehr hoch Niklas kein Problem ach mach das schon PS ach nee warte doch der Niklas ist gerade unten haben wir hier Telepass das gibt es nur in neuen Frankreich Kost noch die noch so dann sicher ich muss dennoch ist der Dach aber ich wollte gerade ich habe ja gerade alle Niklas du wolltest meine Aufgabe zu nehmen ja 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 hallo ich bin gerade erst mal zusammengezuckt weil ihr so am Schreien wart auch Niklas hast du eine tiefe ich schreie noch nicht Niklas hast du eine tiefere Stimme oder sonst da raucht gerade da raucht gerade und da passiert ich ich habe gerade so diese liebevolle Stimme gehofft und es ist ein bisschen tiefer geworden irgendwie das ist nicht schlimm aber ja aber du bist gerade sowieso am abkacken abkacken ja gut für Kommentar reicht es immer noch besser Vertretung als Dominik und eventuell nicht ne ist er da? wirklich ne? wir nennen ja keine Namen aber Dominik seinen Namen nennen wir immer ist er ein Kommentar gerade? nö ok und Dominik 2.0 wer auch immer das sein mag guckt am besten Folge 100 an ich glaube da ist er ja da ist er was ist er jetzt mit dir Karsten? achso du lässt dich auch sehr voll ja ich habe ja gewartet ich wüsste nicht wo ihr kommt Mensch ne aber dass ich wieder vorne fahren soll oder was? Niklas willst du auch mitfahren oder willst du nur so da sein? ne mein Internet ist dafür zu schlecht ich bin nur so da achso das ist aber auch schön das war ein Niklas ganz schnell also ganz leise es geht eigentlich ich habe den glaube ich relativ laut sogar noch ja da Alexander ist mal für 20 Minuten weg komm bald wieder ne nach 20 Minuten nehme ich an oder also länger wäre glaube ich das wäre da ne dass wir dann eine Polizei anrufen müssen naja vielleicht wird dann bei dem auch eingebrochen also neue Informationen darüber bekommen ne die sprechen arabisch und telefonieren das sind jetzt zwei geworden und die telefonieren laut in der Wohnung naja das ist komisch auf jeden Fall ach sie sprechen jetzt zuerst zuerst haben sie an der Wohnungstür rumgewerkelt jetzt sprechen diese arabisch ja ne von 1 in als 2 geworden ich weiß ja nicht was was los ist aber mit weiter wird er wohl kaum mehr was machen ooooh das weißt du nie du die die kleinen Sachen die die Menschen echt bewegen aber Felix hast du eigentlich auch das Video angeschaut was ich dir geschickt habe von ja ähm ich hatte mir auch das gestrige Video schon eingeschaut das ist besorgniserregend naja schon er hat ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen dass es ja wirklich erst mal bloß die Kanäle und Twitchschalt von Peakspeaks ja aber das gilt ja jetzt für alle Streamer im Prinzip weil das ist ja noch warum sollte das nicht für YouTube auch gelten wenn das jetzt na ich weiß nicht was aber ja ich meine die Aussage ich meine die Aussage an sich also das ging ja erst so los dass bei Peakspeaks äh da hatten die was für ein was für Leute hatten das gemacht was weißt du jetzt na wer das bestimmt hatte oder wer da den Ausschuss gegeben hatte na die Rundfunk Rundfunk irgendwas oder wie war das ich hab jetzt Rundfunkdienststelle keine Ahnung und die hatten halt nach dem Rundfunkvertrag oder wie heißt das Ding ja auf jeden Fall steht da so geschrieben wird er halt definiert was als Rundfunk definiert ist und dass man dafür halt Geld bezahlen müsste und Peakspeaks TV würde halt unter die Rubrik fallen was eigentlich erstmal so noch halbwegs verständlich ist weil die stream ja 24-7 also das ist ja nur die TV-Channel auf Twitch und nicht der normale und da hatten halt aber einige Medien schon geschrieben dass dann hier wir bauen jetzt hier ab dass dann hier streamen dass man dann hier überall diesen Rundfunkvertrag bräuchte aber das hatte der erst mal entschärfter Peter hat da erst mal Video zugemacht und hat gemeint das gilt ja nur für den Kanal im Prinzip und jetzt gab es halt immer eine Rückmeldung und zwar da hieß es das halt auch eigentlich den ihr Hauptkanal auf einmal auch betroffen sei dass da auch unter Rundfunk gelten würde und sie somit da auch so einen Rundfunkvertrag bräuchten was im Prinzip da der Kanal sich jetzt nicht wesentlich von anderen Twitch- oder YouTube-Livestream-Channels unterscheiden würde würde das theoretisch alle betreffen ja das Thema ist aber halt ne die Plattform Twitch um die ist ja bisher da bloß hauptsächlich ja aber das ging YouTube ist dasselbe na ich weiß halt nicht wiefern das denn es halt nach dieser Definition von Rundfunk und ja dann das kapiere ich ja gar nicht ja Definition Rundfunk ja mal gucken wie das in der nächsten Zeit aussehen wird also es wird ja kaum jeder weiß wie man da jetzt so einen Vertrag haben müssen das wäre ganz schön übertrieben zumal oder es wird dann alles verboten ja und vor allem um was für Gebühren geht es denn da? für Musik? na ja das Problem ist du gehst dann wie so ein TV-Sender einfach und da brauchst du halt noch ein paar andere Richtungen ja aber was muss man denn heutzutage Gebühren bezahlen? na das meine ich ja halt für alles dass sie senden dürfen und so na ahnung halt weil die haben ja so eine Art Bildungsauftrag doch schon mit und ach ja das war das auch dann genau mit hier 22 Uhr und so ja ja sowas halt also das ist ja das wir fahren jetzt hier in den Steinbruch wenn du auf dem Navi siehst 1